ich bin auch verdammt klein also ich kann mir da nicht aussuchen was ich verzauber hast du keinen lapis hineingelegt ich habe da nur ein ein slot es gibt zwei slots nein ich habe einen slot was warte ich komme schnell zurück ich habe bei dem 9 ach das ist ja nur die okay ich habe auch nur ein slot aber die das texture pack zeigt an dass das halt zwei slots sind ach so ja das texture pack ist auch für 12 ist das so ein ei das heißt dass wenn ich meine waffe hinein legt dann kann man schon einen enchantment bis 30 machen das werde ich jetzt glaube ich auch machen warte ach ja man muss ja die hand frei haben dass das geht genau so und level 30 wünsch mir glück dann ich hoffe ich bekomme es geheißen ja effizienz 4 haltbarkeit 3 das passt mir nicht ganz gut ich hätte mir nicht noch irgendwie so wie es die verzauberung mehr nutras kommt glück glück genau das das leben ist doch kein wunschkonzert bis hin gehänselt du kannst dich verpüßen meister des karten warum habe ich jetzt bekommt was ist mit dem spiel ich meine ja okay hoffe ich weiß dass ich herausgekriegt habe oh mein gott glück 3 null glück 3 ja ach man aber das passt schon es ist belassen es hat verdammt belassen zu sein nein es ist nicht die bibliographie ne es ist belassen zu sein ja sorry ähm ich mache mir einfach einen printer und dann und dann ein ding am scanntisch und dann machen wir einfach an break 3 drauf oder 4 oder 5 ja sicher wieso nicht äh ich glaube wir müssen den reaktor erst am anfang mal mit wasser kühlen oder wir kühlen dann morgen von garnert ja so geht es auch ein bisschen glas ein bisschen glas ich muss mal gucken wo ich den hessin klatsch ich guck mir das mal da unten an achte wie die wie das abbaut so meine waffe beziehungsweise mein tool einfach ich muss echt gucken wie man tough aloi baut achte das rasiert enden nie vor allem holz ist jetzt auch instant weg geil das gefällt mir auf jeden fall dann bauen wir da mal den reaktor rein müssen wir kurz dann geht es ja auch ein bisschen schneller ich hätte schon gesagt dass wir hier hinten klatschen oder? ja würde ich auch sagen optimal sehr gut sehr gut ja fein das heißt wir ich hätte gesagt wir haus mal auf dem boden in der mitte da und dann sehen wir sie wie man noch weit machen wir wollen wir wollen gar nicht kühlt also jetzt kommt man sich hören hat ja weil er einfach nicht groß genug ist dass irgendwie längerfristig was ist das stimmt ja es geht halt so flott einfach mit dem mit dem tun alter alles schön hier ausgraben und dann klatschen wir den reaktor mal hier rein werden wir natürlich eher verschönern und alles genau wissen die mitte hier das muss ja ein bisschen bestand haben die land muss noch schnell weg dann eine schöne mitte 1 2 3 4 hier ist die mitte und dann haben wir hier ach ich habe die kontrollstäbe noch nicht fertig gemacht warte fehlt da nicht irgendein blog die hrn oben hin fällt mir gerade auf ein portal und wir haben gesagt zwei reaktor stäbe bäune genau es geht sich sehr schön aus oh mein gott wissen habe ich kein grafik mehr ich brauche noch grafik was für ein mistig was ich habe kein grafik mehr ich habe klatsch ich muss schnell ins bett also jetzt es ist gerade mega lag ist bei dir auch gerade lag dann nein ich habe gerade standbild ich habe keine ahnung was los ist bei mir hat sich einfach minecraft geschlossen was zum teufel so dass immer wieder game musste gerade gerestartet werden als ich einfach gedacht hat kein bock mehr kein bock digger und ich wäre fast von meiner hässchen runtergelaufen und ist sicher fast gestorben was hat sie in der zwischenzeit gemacht in der zwischenzeit sind zumindest die items fertig gebraten worden ja das hat alles seine vor und nachteile was mache ich eigentlich bin ich behindert schatzfrage realität genau okay so und blöcke brauchen wir da auch wieder oh mein gott bitte nicht so ein mist okay fünf haben wir ich hoffe das geht sich alles schön aus ach ok machen wir zehn ok dann gucken wir mal ob wir das bauen können das wäre toll grundgerüst bauen ich meine ich kann ihn ganz kompakt bauen weil wir werden ja je noch nicht kühlen werde ich das mal machen ok und dann drei vier und dann oh mein gott brauchen wir ja noch eine decke muss ich in die Decke hineinbauen ja läuft alter ich hab Dias gefunden ne apathit ich denk mir gerade das sieht aus wie Dias einfach was zum Teufel ja ok ich hab mich zumindest gefreut ist doch wenigstens schon was ja auf jeden Fall so muss definitiv höher sein und die Rods Rods kommen hier hin genau ach ja wir haben nur gesagt wir machen die ja nur 3 hoch oh ok das ist gut dann passt ja eh eh alles sehr gut ach leider nur noch 17 Blöcke das wird ein bisschen knapp mit den Ressourcen aber es sieht trotzdem schon mal gut aus hast du so noch Uranium Tom ja das bräuchte ich machen wir hier einen Anschluss und dann Anschluss es wird schon es wird schon es wird schon es wird schon alles so dann haben wir uns zu ersparen dass wir da rüber rennen müssen was du denn in Endorat ups dort habe ich es rumgefahren ah dort habe ich es rumgefahren perfekt oh mein Gott danke Tom ich muss hier gerade so konzentrieren dass ich da rüber kommen alter lass mich hier durch ich habe schon wieder ein Schwabbel irgendwo und ein Enderman sogar Enderman der war glaube ich gerade direkt neben mir naja egal was brauchen wir wir brauchen noch mehr Blöcke das heißt wir brauchen noch mehr Grafit alter denke ich doch wird sich das ausgehen mach ich es jetzt richtig ich hoffe schon und Jellorium ne es war es war natürlich wieder falsch 50-50 Chancen verkacken mein Gott immer dasselbe immer dasselbe achja jetzt brauche ich und hier machen wir noch einen Anschluss das kenne ich jetzt mittlerweile schon auswärtig das Rezept sehr gut dann soll das geht es sich aus ich weiß nicht müssen wir gucken ich hoffe es geht sich aus Portal Garden ist halt einfach so praktisch oh mein Gott ich liebe sie so das wichtigste wäre mal geschafft ja wir brauchen immer noch Jellorium und Grafit ja wir brauchen immer noch Jellorium und Grafit also Kohle Tom bisschen aber nicht viel ich brauche wirklich alles das ich denn ähm nicht viel ist mir verarschend lex okay perfekt so 1 2 3 4 Grafit es geht sich schön aus perfekt machst du in der zwischenzeit die kabeln gute frage ich weiß es auch nicht eigentlich bräuchten wir auch die kabeln von ende himmel stein ich könnte nicht wirklich aus himmel stein des bands sicher geiles ok jetzt sind hier in der mitte hier kommt das eisen hin ich habe es geschafft okay ich habe sogar mal richtig gemacht soll auch eine gewisse symmetrie dann sein wir gucken wie sich das ausgeht so viel 1 2 3 4 5 6 6 glas 5 ich hoffe ich mache hier alles richtig ich glaube schon sieht schon mal sehr nett aus wir haben sie nicht gleich das heißt hier arbeiten wir mit himmel stein okay himmel stein baue ich mittlerweile auch in sind ab das problem ist dass die körper strom brauchen wir nicht nicht was denn mist ich schaue mal bei den bedcraft dingern ich glaube du musst dich mal ins bett legen dann warte minecraft macht es gar nicht das ich gerade suche ja das suchen ist leider auch ein bisschen mühsam mit so viel mods gell ist heute auf jeden fall alles einfacher werden sobald wir strom haben auf jeden fall bin ich froh dass wir jetzt schon mal schließe die quarry an den strom an und ich glaube wir sind auch schon fast fertig mit dem reaktor ich glaube bei mir verabschiedet sie mein kopf grad jetzt mag es einfach gar nicht mehr ne leute ich hab keinen bock mehr ne leute ich hab keinen bock mehr ah doch nicht okay sind gerade am finischen vom berg da ok und ach ich sollte vielleicht dann ich schaue als ob irgendwas passiert ist was ich gar nicht mag ich schaue als ob irgendwas passiert ist was ich gar nicht mag ok die zeit ist eigentlich gleich vorbei ok und wir haben in die folge müssen ok also wir können mit chinesis pipes arbeiten am anfang auf jeden fall ok sie sind heute scheiße ja das glaube ich ich so das möchte ich noch fertig bekommen und dann können wir eigentlich dann sind wir auch fertig für heute ich möchte ja eigentlich nur so ein gerüst noch machen in der zwischenzeit brät nämlich das grafit und dann können wir es fertig stellen alles dann machen wir mal einen schönen reaktor dann wird das mal erledigt ja kannst du wieder runterkommen ach danke okay läuft so genau okay perfekt und und was klaus ob ich klasse ich glaube ich habe drüben gebraten ja das muss ich jetzt noch holen also beziehungsweise ich muss es noch kraften genau ich brauche ich brauche ich brauche ich brauche ich brauche ich brauche ich schon jetzt gleich sehr gut also dann habe ich gar nicht mehr ich stelle doch schnell den den schönen reaktor fertig ich habe wenigstens das geschafft das will ich auch nicht ich glaube 16 brauche ich was muss ich dich gerade fragen wollte was denn ob wir pommes machen wollen ok dann haben wir die pommes hin rufen gönnt ihr euch heute noch ein bisschen wir wollten eigentlich mit den katzen spazieren gehen aber es regnet ja halt das echte so und boom der reaktor steht wo es der reaktor steht funktioniert er ganz er ist fertig er hat sich ja das hat sich alles geschlossen ja sieht das sieht aus das nächste mal setz dem zionit wie processor ja können wir machen wo habe ich auch gemacht ich mache ich will endlich noch ein schönes dump mail machen dann haben wir es ja ich werde mir glaube ich das nächste mal in die wüste die pflanzen holen ja ok für blaze powder ja sehr gut ja ok leute wir haben heute wenigstens mal was erreicht wir haben jetzt endlich einen nice reaktor und das nächste mal können wir dann richtig gas geben ja und dann müssen wir mal unsere stromleitungen rauflegen ja ich hoffe die session hat euch wieder mal gefallen beziehungsweise die ganzen folgen hier ähm lasst auf jeden fall eine bewertung da und ich würde sagen ja tom wir sehen uns beim nächsten mal wieder oder ja sicher dann perfekt na dann bis zum nächsten mal tschau leute wir sind bis zum nächsten mal wieder